Ich glaube, das war's, oder? Und das kurze Ding hinzufügen, ja. Ich muss sagen, ich habe es leider nie gespielt und auch nie was geguckt. Ich kenne nur kurze Ausschnitte von den Games. Und wie wir spielen in den Games. Ich kann aus dem Brunner nicht in den Arm. Ach so, Hölle. Hier ist Christus. Oh, oh, ähm, ich habe fast schon genug, ja. Ah, das ist eine parodiert aus der Speedrun-Szene vom Spiel. Okay, gut, 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 das erklärt so einiges. Hey, 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 hey. Mein Name ist Pepto Pimpo. Der ist halt, der ist recht laut, recht laut, Digga. Manchi hat sich schon aus Getrude gedrucken und schon aktiv geschrieben. Aber war das da? Der geht, der geht lang. Das hätte ich mir merken sollen. Ah, Tammy Wright geht nicht. Aha, ich werde den nicht fixen. Soll ich da schreit aktiv? Irgendwie wirklich ein bisschen vorstellen. Ihr gebt Punkte dafür aus, damit ich das folgende mache. Aktiv! Dafür gebt die Punkte aus. Das war's. Mehr, mehr kommt jetzt nicht. Weiß ich, wie mein? Und ich trinke jetzt aus der Rude. Dafür gebt ihr auch Punkte aus. Sieht man, dass da Staub rauskommt? Nee, sieht man nicht, oder? Da kommt Staub raus. Das wird ganz ruhig erwartet kurz. Ganondorf took all the Gorons in the Fire Temple to feed the Dragon. You must stop him before it's too late. Here's a Goron-Tunik and there's a fitting room right over there. Das ist auch Punkt. Das ist jetzt hier. Das ist aus einer staubigen Kanne trinke. Welche? Jungs, die sieht halt... Ihr müsst euch das vorstellen. Die Kanne sieht so hier aus. Das Ding. Dafür. Dafür gebt ihr Punkte aus. Irgendwas ist auch bei euch in der Erziehung falsch gelaufen. Ganz ehrlich. Kann ich mir vorstellen, Marlon? Why are you running? Why are you running? I like it. The Fire Temple is right here. It's a secret. Be careful. Reicht. The Passion of Friendship will soon be on time. Ich stehe garisch. Typ, servus. Oh, hell no. Oh. Es ist eigentlich kraftig. Enough is enough. Goron, Marlon. I have had it with this snake. Gorn, Gornos heißen die, Digga. Das klingt italienisch. Ich bin nämlich irgendwie ein Rayman. Ich weiß auch nicht, warum. Goron, ne? Das klingt nach so... Das klingt so... Name. Name. Ernesto Goron, ne? Weißt du, ich mein... Das ist irgendein Mafia-Typ. Was ist das? Das ist irgendein Mafia-Typ. Dieser Sauerleit, wenn das ein quencht wird, Digga. Real talk. Ich hab viele Leute, die das Game kennen, die fühlen das gar nicht maximal. Ich bin einfach verwirrt. Big boy. Sieht nach einer extrem entspannten Reise aus, holen die Schlitt, Digga. Was ist das, wenn das? Was ist die Fische? Was ist das? Ich habe meine Erachtens? Wer ist das. Ich habe eine Erachtens cuestionen. Ich habe meine Erachtens und ein Sieg alle Grenzen im Hausten. Die Erachtenszionale. Die Erachtenszionale. Die Erachtenszionale. Erachtenszionale. ARD Text im Auftrag von Funk Ich darf kurz Müll bewerfen, dann spiele ich gleich eine Runde. Das ist voll brutal, holy shit! Digger, was ist wahr, das ist zwar krank gut, aber ich bin auch sehr verwirrt. Ich darf kurz Müll bewerben, dann spiele ich die Runde. Ich darf kurz Müll bewerben, dann spiele ich die Runde.